Wir unterhalten uns im Rahmen der Serie über Psychoneuroimmunologie jetzt in diesem Teil über das Nervensystem. Wir sind im zweiten Teil, wo wir uns unterhalten wollen über Stoffe, welche unser Nervensystem schädigen und dann der zweite Teil, welche uns aufbauen. Stefan, du bist Toxikologe. Richtig. Das sind übrigens Wissenschaftler, die sich mit Giftstoffen beschäftigen. Welche Giftstoffe schaden denn unserem Nervensystem? Es gibt sowohl in der Pharmakologie, also bei pharmazeutischen Substanzen eine ganze Reihe von Giftstoffen, die das zentrale Nervensystem, aber auch das periphere Nervensystem stark schädigen können. Im Grunde sind es immer Substanzen, die membranaktiv sind. Das heißt, die in irgendeiner Weise ein Potenzial an der Membran aufheben können. Ich sagte vorhin ja schon, dass ein Aktionspotenzial die Grundlage jeglicher Nervenweiterleitung darstellt. Das heißt Kalium-Einstrom, Natrium-Ausstrom oder Natrium-Einstrom-Kalium-Ausstrom. Das sind also Substanzen, die hier letztendlich das Potenzial, also innen minus, außen plus oder wieder verkehrt herum, umschalten. Wie gross muss das Potenzial sein bei einer Zelle? Es liegt im Mikrowolt-Bereich, das ist sehr gering. Es ist sehr gering, aber es ist messbar. Aber es ist entscheidend, wenn es abnimmt, wird die Zelle krank. So ist es. Und um noch mal bei den Giftstoffen zu bleiben oder bei den schädigen, neurotoxischen Substanzen, wie wir es nennen, zu bleiben, dann sind es eben zumeist Substanzen, die dieses Potenzial verringern oder sogar ganz löschen können. Man kann sich das so vorstellen wie eine elektrische Leitung, die ich aufspleiße, die ich zerstöre. Dann geht der Strom nicht weiter. Und auf der anderen Seite fließt eben entsprechend kein Strom mehr. Oder ich verringere den Querschnitt so hoch, dass das Ganze rot blühend wird, also die Energie in Wärme umgesetzt wird und es dann zu einem Brand kommt. Diese neurotoxischen Substanzen, das können ganz schlimme sein, also viele der Pilzgifte, die wir kennen, sind neurotoxisch. Viele Schlangengifte, die wir kennen, sind neurotoxisch. Es gibt aber auch Proteine, die dazu in der Lage sind, zum Beispiel die Membran so zu besetzen, dass sie das Aktionspotenzial nicht mehr weiterleitet. Und da haben wir ganz aktuell tatsächlich ein Problem, mit dem wir uns sehr beschäftigen müssen, seit etwa anderthalb, zwei Jahren. Das ist ein Protein, was gebildet wird durch eine fremde genetische Substanz, die in vielerlei Hinsicht gezwungenermaßen oder auch nicht gezwungenermaßen dem Menschen zugefügt wird. Dort wird ein Protein hergestellt im Menschen. Das ist schon sehr, sehr schlimm im Grunde, welches da nicht hingehört und von dem wir wissen, dass es neurotoxisch ist, dass es also Nervenbahnen nicht nur gänzlich zerstört, das ist die Spätfolge, sondern sie nerven, die er zunächst einmal das Aktionspotenzial nicht weiterleiten lässt. Die Ergebnisse sehen wir ja, dass ganz viele Menschen unter neurotoxischen Ausfällen oder neurologischen Problemen leiden. Diese halbseitige Gesichtslähmung, die ja sogar durchs Fernsehen gegangen ist, ist eine ganz offensichtliche Angelegenheit. Und wie schon vorhin gesagt, wenn wir im peripheren Nervensystem Schädigungen zeigen können oder sie entdecken, dann sind sie ganz häufig auch nicht mehr reversibel. Das heisst, wir können uns davon nur sehr schwer oder sehr langsam oder gar nicht erholen. Können solche Substanzen auch zu Schlaganfällen führen? Ja, ich denke, Schlaganfälle sind ja sozusagen eine Fehlkonstruktion auch im Gehirn, was dort stattfindet. Mikro-Schlaganfälle, die uns manchmal gar nicht auffallen. Dann erst die Lähmungen, die auftreten können dadurch. Aber auch Herzinfarkte sind ganz klar. Wenn der Sinusknoten in der Selbsterregung nicht mehr sozusagen die Erregungsleitung bringen kann für das Herz, dann kann es zu solchen Schwierigkeiten führen. Auch Myokarditis gehört mit in diesen Formenkreisen der Ursache. Und das ist etwas, was wir ja leider in der letzten Zeit sehr häufig sehen müssen. Um das zu umgehen, und da möchte ich jetzt gerne den Ball zu dir rüberspielen, ich möchte gar nicht so viel zu giften sprechen, sondern die Frage dir zu stellen, das ist für mich auch ganz wichtig, zu erfahren und für die Zuschauer, wie können wir dieser Situation begegnen? Denn auch aus der Umwelt, das ist jetzt nicht nur eine genetische Information, die wir bekommen, wo ein Protein hergestellt wird, was uns schadet, sondern auch aus der Umwelt, Schwermetalle zum Beispiel, die auch selber neurotoxisch sind, können eine negative Auswirkung haben. Wie können wir das Nervensystem stärken? Ja, das ist ja auch ein breites Thema, oder was ist die Ursache? Also bevor man etwas in der Medizin verbessern kann, und man muss immer die Ursache erkennen. Schwermetallvergiftungen zum Beispiel, das kann man messen, ist aber schwierig dann zu behandeln. Ich weiss dann, der Patient hat zu viel Quecksilber, aber wie bringe ich das raus aus dem Körper? Es gibt eigentlich hier, in diesem Bereich gibt es zwei Möglichkeiten, das eine ist diese Gelatinfusionen, die sind aber wirklich nicht ganz harmlos. Ich habe viele Menschen gesehen, die danach, das war denen gar nicht mehr so wohl. Ich habe deswegen das eigentlich eher wieder verlassen, und mache jetzt einfach Ausleitungen über den Darm, vor allem mit Zeolit. Zeolit bringt Quecksilber aus dem Körper, einfach sehr langsam, gemächlich, aber doch messbar. Braucht einfach Zeit, zwei bis drei Jahre. Aber man kann Schwermetalle wirklich teilweise, sagen wir mal, wieder aus dem Körper ausleiten. Aber das ist jetzt ein Weg, aber ein besserer Weg ist es, das Gehirn, das Nervensystem, mit natürlichen Substanzen zu stärken, die es unbedingt braucht. Der Mensch ist ein biologisches Wesen, nicht ein pharmakologisches. Also ich denke schon, dass wir mit vielen Substanzen fertig werden können, wenn wir nur stark genug sind. Ich bin deshalb von meiner Ausrichtung her eher jemand, der sagt, das Ausleiten ist so unspezifisch, dass ich auch wichtige, wenn jetzt zum Beispiel bei Schwermetallen bleiben, ich leite Eisen mit aus. Und das ist natürlich hochgefährlich, weil ich das Eisen als Zentralatom brauche, um überhaupt Sauerstoff aufnehmen zu können. Deshalb, mich interessiert sehr, sehr viel mehr, weniger die Ausleitung des Ganzen, weil sie unspezifisch erscheint, bei Proteinen erst recht. Wir sind ja, wie du richtig sagst, robust. Wie können wir diese Robustness, wie können wir das verstärken? Genau, aber deswegen sage ich das, wir sind biologische Wesen. Das heisst, ich muss dem Körper geben, an Nährstoffen, was er braucht, damit er normal funktionieren kann. Der Stoffwechsel findet statt in den Zellen, in den Mitochondrien. Und Stoffwechsel ist etwas sehr Kompliziertes. Wir brauchen unsere ganzen Nahrungsmittel dazu, und zwar gute, wo noch alle Mikronährstoffe drin sind, was heute leider nicht mehr der Fall ist. Wir gehen davon aus, dass es etwa 20'000 Mikronährstoffe gibt, inklusive aller sekundären Pflanzenstoffe. Aber wichtig sind, sagen wir, die 100 wichtigsten sind die Vitamine, die Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, also die Bausteine der Proteine und die Fettsäuren. Wenn wir davon Mangel haben, dann leiden die Zellen Energieverlust. Und das ist das Problem im Gehirn. Also in allen Organen, aber speziell im Gehirn. Und es ist darum wichtig, wirklich breit aufgestellt zu sein. Also neben den Substanzen, also mir fällt dann immer Kurkuma und Löwenzahn ein, witzigerweise, gibt es natürlich auch interessanterweise eine andere Trainingsmöglichkeit noch. Du sprachst gerade die Mitochondrien an, als die Kraftwerke der Zelle. Und das ist für mich, ich kenne das schon seit vielen Jahren, die intermittierende Sauerstofftherapie, die in der Lage ist, durch Sauerstoffmangel, den ich künstlich erzeuge, und dann wieder Sauerstoffsättigung, die Mitochondrien so zu trainieren, dass eben gerade die sauerstoffverbrauchenden Mitochondrien, das sind ja sozusagen die eher Faulen, in die Defensive gebracht werden und die, die Gärung machen, also die nicht sauerstoffabhängig sind, die also zum Beispiel Fett verbrennen, in der Lage sind, etwas zu stärken. Also die guten Mitochondrien von den schlechten etwas abzusondern. Hast du da Erfahrungen damit? Absolut, ja. Das ist eine fantastische Methode, diese IHHT-Methode, wie du sagst, es schwächt die schlechten Mitochondrien. Wahrscheinlich gehen sie sogar zugrunde. Und es wachsen neue, gesunde Mitochondrien nach. Also das ist die Basis. Das mache ich bei neurologischen Erkrankungen, wie MS, Parkinson, wirklich gute Erfolge. Auch bei psychischen Krankheiten. Ja. Einfach, weil die Energie zunimmt. Ja. Aber es genügt eben nicht, neue Mitochondrien herzustellen, ohne sie zu füttern. Richtig, und das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Was können wir denen sozusagen als Futter anbieten? Im Grunde genommen nochmals alles, diese ganze Palette, die ich schon erwähnt habe. Aber es gibt dann noch spezielle Substanzen, die das noch fördern oder die Energie kurzfristig erhöhen. Kurkuma erwähnt, ein wunderbares Mittel für das Gehirn. Und Kurkuma ist tumorhemmend. Es fördert oder es hemmt die Demenzentwicklung. Ja. Es ist alles nachgewiesen. Es hat noch weitere Funktionen, aber im Nervensystem sind das die entscheidenden. Und dann brauchen wir, wie überall, Vitamin D und Omega 3. Das braucht der ganze Körper. Aber im Gehirn auch wieder Substanzen, die entzündungshemmend wirken. Das macht Kurkuma ja auch. Aber da gehören weitere Substanzen dazu, wie OPC oder ganz wichtig auch Q10. Coenzym Q10. Quercetin? Ja, Quercetin ist sicherlich auch eine Substanz. Quercetin als Polyphenol, eines der vielen Polyphenole. Genau. NADH und Q10, das sind die Vorstufen des Energiemoleküls ATP. Gerade bei neurologischen Krankheiten brauche ich diese beiden Substanzen sehr oft. Weil da rasch, ohne unkompliziert, ohne Umweg über den ganzen Stoffwechsel, kann hier spontane Energie hergestellt werden. Das heisst, Membranen stärken. Das ist da, wo sozusagen die Aktionspotenziale stattfinden. Energie produzieren. Das sind die Mitochondrien, die in der Lage sind, überhaupt erstmal sozusagen die Energie für das Aktionspotenzial zu geben. Und dann weiterhin die Mitochondrien so zu ernähren, sie zu trainieren über IHT und sie dann so zu ernähren, dass sie dann auch ihren Job gut machen können. Das ist doch eigentlich eine perfekte Ausgangsprozess. Ja, super. Es braucht auch beides. Was auch noch wichtig ist, sind die ganzen B-Vitamine, der sogenannte Vitamin-B-Komplex. Das Nervensystem ist abhängig von praktisch allen B-Vitaminen, dass es normal funktionieren kann. Und auch Vitamin C. Ja, das sind so die wichtigsten. Aber eben, es muss ausbalanciert sein. Und mit Hypoxiebehandlung, IHT, können wir die Mitochondrien verbessern, vermehren. Aber sie brauchen das gut gesunde Futter. Vielen Dank. Gerne. Seben, ihr habt nichts gefehlt? Eine neue K Gary-Ocerne, Du messt, Untertitelung des ZDF, 2020